Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir haben uns eine etwas längere Pause gegönnt Leute und haben jetzt über eine Woche nichts hochgeladen. Das ist auf jeden Fall nicht üblich, deshalb wir switchen rüber zu Brawl Stars. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich weg war. Ich war in Paderborn, meine Familie besuchen, Freunde besuchen und so weiter Leute und hab allgemein in der Zeit gar keinen Brawl Stars gespielt. Also das Einzige, was ich aktuell spiele, ist Clash of Clans. Einfach so just for fun. Warte, wir gehen mal rein mit einem Range Brawler. Komm, wir gehen dann einfach Piper. Irgendwie nehme ich immer Piper auf der Map. Ist euch das aufgefallen? Irgendwie schon. So gut wie immer. Ja man, und wenn es euch glücklich macht, dass ich wieder am Start bin, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Gadget sei Dank. Ich bin komplett lost. Ich muss erst mal grad irgendwie hier klarkommen. Ich muss weg, da wird es die Ecke ist gut. Ich habe ihn. Komm, bro, sei gierig, komm. Scheiße. Ich muss kurz chillen. Er hat mir mies mein Loot geklaut. Und ach ja, bald ist mein Brawl Stars Song endlich fertig, Digga. Das Musikvideo hat das Ganze jetzt ein bisschen weiter nach hinten verzögert. Weil das etwas sehr aufwendig ist und auf jeden Fall das bis jetzt krasseste Musikvideo ist. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Komm, warte. Wir holen beide. Oder auch nicht. Oder doch. Jawohl. Oha. Werden wir jetzt ehrlich, Erster. Das war sehr wild. Sehr wild. Und ich habe immer noch den neuen Brawler's Creek nicht, ne? Musste ich auch mal ganz kurz hier sagen. Digga, wir gehen weg. Komm. Ich muss es schaffen. Ach, Bro. Bruder. Komm, seht ihr das überhaupt? Oder meine Facecam bedenken? Seht ihr. Nein. Ey, er weicht gut aus, Digga. Und ich werde es niemals schaffen. Und jetzt ist eh vorbei. Ja. Schade. Zweiter. Knappes Ding. Ganz knappes Ding. Machen wir nochmal? Machen wir nochmal. Jetzt nehmen wir aber nicht Piper, sondern wir nehmen, wir nehmen auch Kroll. Let's go. Bald ist die Season auch vorbei. Ich habe absolut nicht gespielt, die Season. Allgemein, Leute. Wer spielt aktuell Brawl Stars auch viel, viel weniger als sonst? Oder auch gerade gar nicht. Ich bin gespannt. Kommt, schnell. Digga, ich habe ihn nicht getroffen. Nice. Nicht einmal getroffen. Lost, Alter. Jawoll. Geologie rock! Geologie rock! Geologie rock! oder warum team die alle checks jetzt erst die team einfach oder was soll das warte fragt man quasi muss das geld oder elendlich wirklich ganz ähnlich bitte der elendige kill ihn doch poko junge er geht sie nicht er geht sie nicht ich bin ich bin sparen los die junge was ein mongo kommen die drei noobs sie müssen auf jeden fall vor ein an allen anderen sterben ganz ganz safe ich gehe einfach reinkommen jawohl searches wenigstens ist der search gestorben immerhin scheiß drauf digga das war die letzte runde leute jungs wir sehen uns